Ja, okay. Wer will jetzt mitmachen? Kommt ran, ich könnte mir helfen. Nein, nicht das Sternchen, sondern das weiße Ding. Ach, das weiße Männchen da, ne? Primer Gun, ach so, okay. Aber wir suchen! Yay, let's go! Hier geht's um nichts, ne? Sowas wie Casual sozusagen. Ja, alles gut. Einfach nur abschießen. Ach, ein Deathmatch? Oh shit. Das heißt, wir sterben alle und dann spawnen wir direkt wieder, oder was? Genau. Und meistens nehmen Gegner an und schirmen sofort wieder. Äh, was sind wir? Wo sind wir? Keine Ahnung. Antiterror-Einheit? Ja, oder? Ja, ja. Bis jetzt ist nur, bis jetzt, bis jetzt nur Tet-T-T-Tondo. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Ich hab ne Shotgun, Digga! Kauf-Menü öffnen! Ich was kaufen, Digga. Zurück. Kann ich nicht ein Gewehr kaufen? Let's go Junge! Hier kann man nicht sprinten, ne? Nee, nee. Du sprintest automatisch. Wenn du schleichen möchtest, musst du das Schiff drücken. Damit verringerst du die Deine Messer in der Hand von der Kommt. Du kannst auf B drücken und dann, glaube ich, das verändern. Digga, wo sich mein allerersten Gegner ist, die Frage jetzt. Digga, das ist so unterschiedlich, weil du hier noch nicht mal auf Drinks rückst, ganz gut irgendwie. Natürlich werde ich weggeflext, Alter. B und dann Gewehr. Junge, direkt die AWP, let's go, Alter. Nichts anderes hier. Klar, Alter. Kann ich auch mal direkt in den Game kommen, ohne dass ich sterbe und irgendwelche Gegner sehe, Alter? Wohoho, Pigmin. Let's go, Brudi. Ja, diese kacke Wolverloids, ne? Bei denen läuft die. Uhoho. Wohoho, let's go. Jetzt kann ich long halten, glaube ich, entnichtiger. Digga, auf wen schießt der Spasti, Alter? Ich hab Wicked gekillt. Ich hab Wicked gekillt. Wicked kill ich auch die ganze Zeit. Wicked dead as hell, Bro. Let's go, Digga. Let's go, Alter. Junge, let's go, Alter. Ich rasiere jeden weg. Junge, einfach be long halten mit AWP, Junge. Das ist mein Ding. Hier kommt keiner durch, Alter. So, wie sieht's aus hier? Kommt jetzt ran, oder was? Okay, ich geh da wahrscheinlich auch Terror rein und Seth muss zu Skrillex rüber. Wo muss ich hin, was? Wo muss ich zu Skrillex rüber? Geht auch Teamkill? Und die AWP? Die Scheiße, runter. Ey, irgendwas in der Mama aussieht. Ich werde nicht passen, indem ich sehe. Aber wo ist die AWP, oder was? Wir machen nur AWP? Okay, let's go. Los, gut. Good night, Seth. Skrillex zu GG. Weg, weg mit dir. Weg mit dir. Ja, aber ich werde auch da mal gespawnt. Oh, oh. Good night, Seth. Come on. Good night, Seth. Ja, wo spawn ich denn noch überhaupt? Ich spawn in der Mitte. Ja, ist normal. Nein, mach mal nur. Wenn ihr habt aimt, das ist unfair. Ja, wir können uns gleich die Runden tauschen, Digga. Ja, ich hab gar keinen, ich hab noch keinen nicht getroffen. G night, my friend. Dieses Ball? Ja, man kommt nicht. Digga, wie soll ich so schütteln, gleich mal so doppelt rein, wenn ich nochmal raus will, aus dem Stoff. Du musst erst drücken, Q oder Escape drücken. Äh, nicht Escape. Was ist das denn? Maus, 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 Maus. Jungs! Hör auf zu Sandwischen! Haha! Ich glaub, es geht, naja, was machst du denn mit mir? Hahaha! Wer ist der AWP King, Alter? Ja, ich hab ein Reed auf einmal hier, äh, weiß nicht, ich glaub in Elite oder was. No Scope. AWP only No Scope. Wie geht No Scope nochmal? Okay. Ja, einfach nix. Einfach Hipfire oder was? Ja, ja. Aha, nachladen. 360 No Scope! Oh mein Gott, ich muss nachladen. Ich muss doch nachladen. Ey, ey, relax, relax, big boy. Ey, big boy, relax, relax. Hahaha! Ah! Hahaha! Hahaha! Stimmt doch! Hör auf! Jaaa! Sag mal Scrolex! Hör auf! Yo, Digga, Alter! Scrolex zu wild, Alter! Als ob, Bruder! Hacker, Alter! Ich kann mich nicht bewegen! Ich kann mich nicht bewegen! Ich kann mich nicht! Yo, Scrolex! Erzähl mir nicht! Erzähl mir nicht, Bruder! Erzähl mir nicht! Hör auf! Niemals! Niemals! Niemals auf diese Entfernung, Digga! Verdammt! Hör auf! Oh mein Gott, Alter! Hör auf! Hör auf! Ich geb mir gleich einen Punkt in die Mitte in meinem Bildschirm! Ja! No Scope! Scrolex! No Scope! Das war No Scope! Ja! Richtig No Scope! Bruder! Aber sowas von No Scope, Alter! Bruder! Richtig No Scope! Ja! Du hast angeschoben! Okay, ich hab zwei Mal angeschoben! Ich hab zwei Mal angeschoben, aber ich hab mir halt auf! Das war einfach nur wegen dem Joke! Eeehohohoho! Mega, Alter! Scrollix! Ein Aim! Gottlike, Alter! Was geht ab? Ja, C is good! Main-Spiel, Alter! Uff, Alter! Dafür bin ich ein Rainbow-Baba! Baba! Wuuuuh! Nice Shot! Oh! Ach, Mann! Scrollix zu wild, Alter, Digga! Ja, ich glaub, da wurden wir jetzt komplett hochgenommen, Digga! Scrollix! 75 Kills, Digga! Zu wild! Ja, andere Map, okay! Nein! Antiterror? Was ist das? Warum ist das so dunkel einfach? Ja, das wird heller! Ey, bei mir ist alles schwer! Ich hab meine Waffe gedroppt! Ja, ich muss die Botschaft, die Dingsen! Ja, ich schon! Yo, Digga! GG! Mit Play und Pause dropp ich meine Waffen, die ich habe! Optimal, Alter! Ja, dann! Digga, ich bin CSGO Legedings! Veteran, Alter! Legedings! Ich hab meine Kindheit mit CSGO verbracht! CSGO 1.6! CSGO 1.6! Ah, ja, Reed! Ah, sorry! Digga, warum musst du mich immer korrigieren, Alter! Bei jeder Sache, Alter! Du bist wie so ein Deutschlehrer, ey! Enjoy nochmal! Oh, sorry! Ich wusste nicht, ich wusste nicht, dass ich treff! Du Pisser, Alter! Bei ihr! Bei ihr! Junge, ich bin kein Amateur! Ich bin vielleicht schlecht in dem Game, aber aim kann ich auch ein bisschen! Kommt er dann dazu, er denkt sich so, oh, er muss jetzt unbedingt eingreifen! Alter! Boah! Ich bin nicht die ganze Zeit da, ne! Was ein Winkel, Alter! Was ein Winkel, Junge! Was für ein Digga? Ja, Junge, ich will die Waffe nicht! Was für ein Digga? Ja, Junge, ich will die Waffe nicht! Woher? Ich steh dich mal! Ich hab die Waffe aufgehoben, Reed! Ich hasse dich! Du hast die Zeit! Ich hatte die Digga in der Hand und dann nimmt er die AK auf! Warte, das kann man doch irgendwo ausstellen, hier, die automatische Waffen aufheben! Du kommst genau von da, wo ich komme, Digga! Gigi! Oh, Junge, diese scheiß Waffe, Alter! In dem Moment, wo er kommt, gehst du weg! Wenn du das nochmal machst, Alter! Digga, die scheiß Waffe, Alter! Oh! Oh! Ich war gezuckt! Oder so, natürlich, geht auch! Chat, ich zeig euch! Pssst, 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 pssst! Pssst, pssst, pssst! Jaja, okay! Pssst, okay! Adlerohr! Pssst, pssst, pssst! Oh! Okay, das war jetzt unterwascht! Jaja, Digga! Let's go, der Hase, Alter! Ich dachte, du bist in der Ecke, Alter! Ja, Bruder! Pssst! Und was ist das da? Fanta ist ALFK! Fanta ALFK! Noch mal! Ja, da durchgenutz ich den Reifen! Ja, GG ist Grolex, ne? Schön, dass du uns weggeflext hast.